ok das kostet wieder sehr viel da merkt man aber dass wir uns eigentlich über noch über sind ein bisschen was zur hölle wasser vielleicht haben wir ein bisschen entzermt das haben wir hier auch bei soldaten ich gehe schon vorhin brauche ich auch lange einmal ich das ist gut leute ihn zu holen lebt noch doch kommen Okay, ich könnte jetzt gleich einen umlegen. Oh, ich hab drauf gehofft, dass er überlebt. So, das ist der erste, jetzt geht der erste drauf auf jeden Fall. Und danach Hass auf Nigel? Höchstwahrscheinlich. Nee, da kann ich eigentlich schon Glieder dran brauchen. Wie der mal schmeckt? Gliedermäßig toll wahrscheinlich. Aber ich hab ihre ganzen Züge dafür verbraucht. Soll Nigel zurück. Wird er wieder umgebracht? Gut. Gut. Dankjemand. Ich bin jetzt mal hergekommen. Oh, das ist doch gar nicht, aber okay. Aber es sind auch vier Stück, die haben genug Kraft, um dich zu töten. Erdschlag. Hier die Lunge eh umgepackt. Okay, du kannst hier auf jeden Fall mal was gönnen. Sonst bricht er mit ihm gleich zusammen. Ja, so ein Sandwich essen, das braucht seine Zeit. Oh, nein, ich bin zurück. Wir könnten aber gleich zwei verlieren, wenn es schlecht läuft. Oh, Gott, klar. Ah, Mist. Oh, nein. Paninos kann ich nicht über das Wasser halten. Das schon. Irgendwann weiche ich auf jeden Fall wieder aus. Oh, Mist. Kann man mal Panino reinhauen. Und du holst jetzt mal Nigel wieder, der wahrscheinlich gleich wieder umgelegt wird. Oh, gut, er hat zwingend ein volles Leben soweit. Und er weicht da mal aus. Der ist das Ziel. Dann schmettern wir ihn wieder. Wenn in dieser extra Runde sollte ich das öfters machen. Weil das kostet mich dann tatsächlich keine Zeit. Und jetzt einen Erdschlag, bringen sie um. Zwei Stück müssen sterben. Der geht er. Die Ritter sind schon mal weg. Also Nigel braucht auf jeden Fall danach ein bisschen Orangensaft. Okay, du bist eigentlich schon sehr weit. Ich verstehe gar nicht. Er schaut durch Zauber. Ach, natürlich. Er ist aufgelevelt. Oh. Wollte schon sagen, ist ja nichts außer dieser riesige Ruine da. Ja, genau. Da kann ich Niederschmettern verwenden. Weil es keinen Effekt auf mich hat. Das ist grausam, bis man da endlich mal dran ist. Ach ja, ich bin da nochmal dran. Ich sag mal, das hat das alles ein bisschen. Gut. Ey, sind die gerade ein bisschen aufgerutscht? Ich verstehe das nicht. Ich habe das Gefühl, die sind gerade um einiges stärker. Ich bin auch noch getroffen. Ich bin auch noch getroffen. Komm. Nigel, du musst dich wieder opfern. Gut, ein Hammer. Jetzt gehen aber alle auf ihn. Ich habe gerade dazu, darunter zu leid, dass Francis am Boden ist. Boah, die hauen mich um wie noch was. Ich bin halt erst ewig spät dran. Okay, ich brauche dich auf jeden Fall. Ah, natürlich Pech gehabt. Oh, er ist voll interessant. Oh, er ist voll interessant. Ey, die haben mich... Das ist doch beschissen. In der Zeit, in der die hier im Stand sind, haben die sich... Haben die sich nochmal in der vollkommene Heilung zerstört. Die haben sogar nochmal extra gegriffen. So. Ist wieder am Boden. Ich komme im Grunde gar nicht mehr dran. Was soll denn wieder? Ey. Das finde ich gerade ein bisschen beschissen. Spiel. Irgendwann habe ich gerade nur noch dich. Jetzt bitte. Nicht wiederbeleben. Auf keinen Fall wiederbeleben. Heil jetzt mal. Gut, danke, dass wir auch mal irgendwann mal ausweichen. Bei ihm wäre es zwar am besten gewesen, aber es ist tatsächlich okay. Jetzt komme ich endlich mal wieder zum Angriff. Kann aber sein, dass... Nein, warte mal. Wenn Francis jetzt wieder zum Boden geht, häng ich wieder an dieser Bredouille. Da habe ich einen Angriff geschafft gerade mal und hauptsächlich verloren. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Dass er vielleicht nicht ausweicht. Oh, ist gerade ein Mike-Gang. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, versuchen wir es nochmal zu entzernen ein bisschen. Warum gehen die jetzt auf Mike? Nein, das war super schlecht. Kannst du einen umlegen von dir? Das mache ich jetzt. Wenn Mike jetzt zu Boden geht, ist das halt so. Ich verstehe das Wut-System manchmal nicht. Klar, es erzeugt Wut, wenn du heilst und dergleichen. Aber Wut klingt eigentlich auch ab, wenn ein gewisser Anteil an Schaden gemacht wurde. Aber irgendwie will das manchmal nicht. So. Dreimal, das sollten wir eigentlich überleben. Jetzt gehen sie wieder auf Francis, warum auch immer. Ja, so müsste es eigentlich sein, dass ich jetzt ein bisschen... Was wäre nicht? Das ist ja billig. Das zählt genauso viel. Das Panino ist eigentlich schon fast besser. Aber ne, ich nehme sie massiv unten heilen. Ja, war besser. Man kommt zurückgeworfen. Ah, der kam noch MP gut. Der darf mir ein bisschen länger leben. Stimmt, ich kann es auch so lange aushalten, bis ich keine MP mehr habe. Könnte ich dann gleich nochmal. So, hol jetzt Nigel wieder. Und du? Wir wirfst ihn jetzt mit dem Panino. In der Hoffnung, dass er sich überlebt. Ok, wie viel geht noch, Mike? Sehr schön. Dann kann ich endlich mal wieder mit dir eine Fähigkeit einsetzen. Dann brauche ich mich nicht wieder werfen. Gut. Jetzt wird es auch langsam überschaubarer hier. Es wundert mich, dass sie den angreifen, aber ich will mich nicht beschweren. Nee, der muss sterben. Der kann nur noch normal angreifen, da oben. Verdammt. Verdammt. Egal, der kam ist vorbei. Oh, doch nicht. Aber du bist jetzt auch tot. Was war die Geburt? Alle waren kaputt. Okay, er ist besser geworden. Wow, das war mal was Gutes. Aber das war ein sehr schlimmer Kampf. Ist das hier eine der Tempel? Wer bist du? Ein sterbender Zwerg versperrt euch den Weg. Ich brauche... Brauchst du Wasser? Nein. Ich brauche ein Bier. Hier. Ich brauche... mehr. Hm, okay, wie viel mehr? 100 Flaschen sollten mich wieder auf die Beine bringen. Weil ich mich stellen zu nüchternen, sterbenden und zu nüchternen Zweck helfen. Ja, hier sind 100 Biere. Habe ich schon zu viel? Ey, ich habe 100 Biere dabei, praktisch. Danke, Freunde. Er hat mein Leben gehalten. Ich habe diesen mysteriösen Dungeon nach Artefakten gesucht. Die Monster haben mich überwältigt. Es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Geh nach Hause. Okay. Ich hatte 100 Bier dabei. Gauß-Kanonen sind zu stark. Zwei Spiele an einem Controller. Das ist Wahnsinn. Da war noch Geld drin. Ein gelber Maulhofmann hat mich mit einer Photon-Kanone beschossen. Acht Spieler lokal auf einer Konsole. Wie geil ist das denn? Oh ja. War explodierend in Unsinn getroffen. War explodierend in Unsinn getroffen. Wahrscheinlich beide. Er wusste nicht, dass Geistekugel durchwenden können. Ich hasse abprallende Kugeln. Kann schon echt nervig sein. Ich habe Angst, dass hier ganz üble Sachen drin sind. Ich speichere nochmal. Irgendwie muss ich, glaube ich, auch diese, okay. Irgendwie muss ich, glaube ich, auch diese Zwerge finden. Och, das wage. Ich wage zu zweifeln. Schatten-Tocke. Hau mal die da weg. Mal sehen, wie wir schaden das macht. Unter 24 ist das nicht okay. Das ist wahrscheinlich nicht so schön. Es brennt. Möglich. Ich bin echt okay. Ja, der Schaden ist auch annehmbar. Ich habe es mit... Also, sie sind ja draußen, aber einiges schlimmer. Okay, fahr zur Hölle, tut weh. Dann fahr unter die Erde. Mist, das viel lebt noch. Hm. Na ja, aber trotzdem. Super massives Wunderheil. Yay. Jetzt sind alle wieder voll. Nett, aber das war es auch schon. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Und noch viel mehr Schleiche werden folgen. Nein, ich möchte die magische Rakete. Hau ihn um. Ja, das ist echt okay. könnte ich doch lange sich doch ein bisschen aufwendig werden aber trotzdem müssen ich komme gut damit klar mit den gegnern sind halt auch nur drei diese sind ja oben so viel stärker als die hier unten dafür tausend punkte geschwindigkeit ist das wichtigste gibt sogar extra leben und mein name ist wolf als nebenfest ich habe jetzt noch 26 bier sollte mir einfach 100 bier weg speichern ich kann über die schädel nicht drüber oder das was anderes ein schrecklicher geist ein gigaskelett ein gigaskelett haben einfach die skelette weg meine seele wird mir das habe ich schon mal gesehen ich 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 bin schon wieder auf den Nightschle, wenn der seinen Erdschlag macht. na gut zwei ich verfluche euch alle das gefällt mir gar nicht das hat wegen der war nicht ganz besser heute mal wieder fluchzimmer auch noch es ist alleine ach der heilt sich damit ein kleines würstchen ich habe fast das gefühl der ist ziemlich immun wegen physischen schaden das fliegt ok super massives wunden heilen bitte dieses gute monster ist noch nicht auf dem dampf halt ich habe nur ganz wenig verprügelt das monster auf auszuweichen das ist unspottlich es hat ein super tank das war zu wenig ich könnte ihm vielleicht die mp entziehen nein schulder sind job für dich oh nein es ist mike am ende so hirngefrierung das dauert viel zu lange ich habe schon überlegt habe ich ihnen siegertrank einfach sehen soll das gute ist das fies aber auch nicht das schnellste ich dass wir jetzt runter geschlagen habe die mp entziehen vier 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 Der ist genauso effizient. Kannst du das mal bitte lassen? Das ist echt fies. Ah, sehr schön. Der Vorteil ist, wenn er uns verflucht, äh, dann haltet er sich wenigstens nicht, aber... Da wird der Schaden halt dementsprechend hoch. Irgendwann sind deine MP erschöpft. Ich habe genug Möglichkeiten, meine MP zu hoch... äh, hochzumachen. Ganz langsam verliebt er sein Leben. Ja, lass das bitte. Überlebt das Mike? Oh, er ist schwach, aber er lebt. Okay. Es reicht leider nicht. Wenn er es dann nochmal macht, sterben wahrscheinlich zwei von meinen. Los, los. Los! Die! 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 Okay. Boah, 200 Gehalt. Du Arsch. Ich mache jetzt mit Niederschwettern weiter. Es ist zwar immer nur eine Runde, die wir sparen, aber auf lange Sicht rentiert sich das hoffentlich auch. So, jetzt reicht's. Ich friere jetzt doch sein Hirn ein. Das seh ich noch bis morgen hier. Wie viel MP hat der? Ich habe den 300 abgezogen und es macht kaum was aus. Was? Gibt's gar keine Worte für. Oh, das hat schon was weggezogen. Ich habe eigentlich etwas, viel wird relativ einfach. Aber es ist doch. Boah, ich mache das schon wieder. Stirb endlich. Wie dieser Eifel, das ist doch schon fast ein Bossgegner. Der hält mich sowas von auf. Ich wollte schon längst durch sein. Gebt's ihm jetzt. Gebt's ihm jetzt. Hau ihm die MP weg. Du Arsch mit Ohren. Der macht aber auch Crits. Das wird langsam anstrengend, diesen Gegner zu besiegen. Nein, 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 nein. Ja, mach schön da mit beiden, damit komm ich klar. So, jetzt hast du kein MP mehr. Jetzt mach den doch endlich mal kaputt. Da fängt an mir sowas weit auf den Sack zu gehen. Ich klaue jetzt seine ganzen MP und dann kannst du mal sehen, wo du bleibst. Halt er sich einfach mal kritisch, der Arsch. Die ich auch keine andere Möglichkeit hab, als ihm die MP zu nehmen. Ah, ich glaub, er hat keine mehr. Was macht er dann jetzt? Hoffentlich kann er sich jetzt nicht mehr heilen. Ah, jetzt ist er wirklich kein Gegner mehr. Oh, der MP kann er gar nichts. Ich hätte von Anfang an die MP zu nehmen müssen. Soll ich nochmal gegen so ein Mist zu kämpfen, weil ich weiß, was ich zu tun hab? Dann ist Nigel der Mann, der Stunde. Oh nein, kritische 12. Gerade weil er sich hat immer wieder hochgeheilt hat. Ja, ein Geist ist nicht gut im Nahkampf. Aber er ist gar nicht mal schlecht im Ausweichen. Aber er ist gar nicht mal schlecht im Ausweichen. Irgendwie krieg ich bei dem auch kein Kripp hin. Also, ich treffte irgendwie gar nicht. Klar, der Geist aber. Ah, endlich. Jeder Bauer K.O. Gibt's irgendwas Besonderes? Oh, ein extra Leben. Soll ich bloß noch kurz... Ah, okay. Gut. Ein Höllenbuch. Nein! Du Pelle. Warum kann ich denn nicht fliehen, verdammt? Was soll? Ich versuche, das nicht zu fliegen. Wenn ich jetzt nicht gehe, dann ist es mir vollkommen egal. Na, geht doch. Danke. Erstmal zusammengeschlagen. Okay. Dann weiß ich jetzt, wo ich weitermachen muss. Ich wollte nur das noch abklappern. Nicht, dass ich dann festhänge, weil ich nicht mehr weiß, wo es lang geht. Da war das Let's Play Doom und Destiny für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye Leute. Bis dann wieder.